Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir brauchen jetzt das gemeinsame Gespür dafür, dass wir die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte nur gemeinsam meistern können. Es kommt hierbei auf jeden Einzelnen von uns an. Wenn sich jeder verantwortungsvoll verhält, hat dieser kollektive Kraftakt wirklich Aussicht auf Erfolg. Lassen Sie uns also gemeinsam allen danken, die tagtäglich für unsere Gesundheit gegen das Corona-Wirken kämpfen. Schützen Sie sich und andere, indem Sie wann immer möglich zu Hause bleiben. Wenn Sie jedoch einkaufen müssen, dann helfen Sie Ihren älteren Nachbarn damit, dass Sie für Sie mit einkaufen. Nutzen Sie auch die Zeit für sich, mal wieder zum Beispiel ein Buch zu lesen, so wie ich. Hashtag, wir bleiben zu Hause. Ihr Roland Kaiser. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017